Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich eine sehr edle Fontäne für euch, nämlich die Effetto Bees von Pyro Giochi. Ich packe mal eine aus. Und so sieht eine einzelne Effetto Bees aus. Wirklich wunderschön hier mit dieser tollen Effektabbildung. Eine Fontäne hat übrigens 50 Gramm NEM, also schon ziemlich ordentlich. Ein schönes Ding. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei der Zündung wieder. Viel Spaß bei der Zündung der ersten Effetto Bees. Sehr, sehr schön. Dann zünden wir gleich die zweite. Zündung. 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 Das waren die Effetto Bees von Pyro Giochi. Echte Perlen im Fontänenbereich und ein kleiner Ersatz für die dahingeschiedenen Silvesterfontänen von Komet, die einen ähnlichen Effekt boten. Also Goldfontäne und Blausterne. Wirklich ein sehr, sehr schöner Effekt. Das einzige, was ich zu bemängeln habe, ist die ungleichmäßige Verteilung der blauen Sterne. Wir haben ja gesehen, der ersten Fontäne waren nur wenige dabei und dann bei der zweiten wurden am Anfang ganz viel auf einmal ausgestoßen. Das hätte vielleicht ein bisschen besser verteilt sein können, aber ansonsten habe ich eigentlich nichts weiter zu kritisieren. Mir haben die Fontänen sehr gut gefallen. Die blauen Sterne waren wirklich sehr, sehr kräftig in ihrer Farbe. Hat mir gut gefallen. Was haltet ihr denn von den Fontänen? Lasst mich gerne wissen und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.